Sarah Engels und Laura Maria Rieper sind sich nie begegnet. Die Sängerin und Pietro Lombardi heiraten im Jahr 2013. Doch 2019 lassen sich die einstigen DSDS-Teilnehmer scheiden. Auch nach der Trennung kümmern sich die beiden um ihren gemeinsamen Sohn Alessio. Inzwischen sind sowohl die Kölnerin als auch ihr einstiger Ehemann vergeben. Der neuen Partnerin von ihrem Ex läuft Sarah allerdings nie über den Weg, wie sie im Promiflash-Interview erzählt. Ob sich das jetzt ändert? Denn die beiden Frauen sind auf demselben Event. Die 30-Jährige gibt eine klare Antwort darauf. Aber schön, weil dann lerne ich die auch endlich mal kennen. Ob die Influencerinnen tatsächlich miteinander sprechen werden? Wenn sich das ergibt, sicherlich ja. Schließlich haben Laura und Sarah einige Gemeinsamkeiten. Die zwei sind nämlich mit Leib und Seele Mama. Für letztere stehen ihre Liebsten an erster Stelle. Es gibt für mich auch nichts Schöneres als meine Familie. Ob die Damen an dem Abend tatsächlich aufeinandertreffen, ist unbekannt. Allerdings scheint zwischen Sarah und Laura kein böses Blut zu fließen.